Menschen aus dem Autismus-Spektrum sollten darauf achten, dass sie Berufe wählen, wo nicht zu viele soziale Kontakte stattfinden. Das ist eben häufig sehr anstrengend für sie, erschöpft sie, sodass sie gucken sollten, dass sie eher abseits sozialer Kontakte arbeiten. Außerdem ist es wichtig, dass Arbeitsplätze gut planbar sind, dass sich nicht ständig irgendwelche spontanen Veränderungen ergeben. Wenn dieses gegeben ist und sich ein potenzieller Arbeitsplatz oder Berufszweig sich dann auch noch mit den Interessen des Betroffenen deckt, dann könnte das ganz gut funktionieren. Ein Bereich, wo einige Menschen mit einem Autismus erfolgreich sind, ist zum Beispiel der Bereich der Informatik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017